Ich möchte Ihnen heute die Möglichkeit vorstellen, wie Sie mit OBS eine virtuelle Kamera einrichten können in Kombination mit einem Greenscreen. Bitte wundern Sie sich nicht, dass das Video etwas zu hängen scheint. Das liegt einfach daran, dass ich im Hintergrund OBS laufen habe auf 60 Frames und 1080p Auflösung. Hier allerdings die Bildschirmaufnahme mit Manicam realisiere und dies in 720p laufen lasse bei 30 Frames. Das Video dürfte gefühlt 20 Frames haben, deswegen wirkt das Bild ein wenig abgehackt. Glauben Sie mir aber, dass wenn Sie das in der Realität einsetzen, dass das kein Problem ist. Des Weiteren habe ich hier an dieser Seite bereits eine Videokonferenz geöffnet. Ich würde Ihnen ganz kurz zeigen, wie Sie aus OBS heraus eine virtuelle Kamera starten. Das geht ganz einfach, indem Sie hier nicht auf die Aufnahme gehen, sondern auf die virtuelle Kamera. Und jetzt sollte bereits in der Videokonferenzumgebung die virtuelle Kamera eingeblendet sein. Die lasse ich auch jetzt einmal offen. Wundern Sie sich nicht, damit der Sprecher oder die Sprecherin in Google Hangouts Meet. Sie können auch jede andere Videokonferenzumgebung benutzen. Nicht irritiert ist, wird das Bild dort entsprechend gespiegelt, sodass tatsächlich die Elemente, die der Sprecher vor sich sieht, ebenso genauso im Bild wiedergegeben werden. Bei den Partnern in der Videokonferenz ist dann alles entspiegelt. Dann funktioniert das wunderbar. Was Sie allerdings in OBS jetzt tun können, ist, dass Sie, ich zeige Ihnen vielleicht erst einmal den Aufbau. Zunächst einmal haben wir die Audioaufnahme, die sehen Sie schon, die tickert fleißig durch. Das zweite ist das Videoaufnahmegerät, das ist die Kamera. Und in dieser, bei diesem Videoaufnahmegerät, müssten Sie, wenn Sie mit einem Greenscreen arbeiten, was durchaus empfehlenswert ist, müssten Sie den sogenannten Chroma Key einstellen. Und ich versuche das jetzt mal ganz kurz zu illustrieren in Manicam. Allerdings wird das Bildschirmmenü nicht mit aufgezeichnet, sodass Sie jetzt tatsächlich nicht sehen, welche Einstellung ich jetzt hier vornehme. Ich zeige Ihnen aber nur das Ergebnis. Im Moment ist der Chroma Key auf den Keyfahrtyp grün eingestellt. Wenn ich jetzt auf Magenta umstelle, sehen Sie, dass sich meine Lippen verfärben. Und Sie sehen aber tatsächlich hinter mir den grünen Screen, der jetzt natürlich nicht gefiltert wird. Wenn ich auf grün zurückstelle, wird dieser Screen gefiltert. Und Sie sehen wieder den Bildschirmhintergrund, den ich eingestellt habe. Das wäre hier zum Beispiel zunächst einmal die Logos. Und zum anderen den Bildschirmhintergrund, den ich jetzt auch einmal umstellen kann. Sie sehen, Sie können hier mit Plurred Wallpapers sehr schöne Effekte erzielen. Und aus meiner Sicht ist das besser geeignet als irgendwelche virtuellen Hintergründe, Bücherregale und so weiter und so fort. Mein Favorit ist im Kontext des Telekollegs Linguistik dieser Screen. Aber ich stelle mal zurück auf den Green Screen, also den grünen Farbverlauf, der auch einen recht frischen Eindruck macht. Und das Zweite sehen Sie hier, das ist die Vollbildversion. Und Sie können freilich, wenn Sie in einer Präsentation sind, dann auch dementsprechend, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, eine Präsentation einbinden. Das tue ich jetzt hier mal. Und diese Präsentation ist abgerundet mit einer sogenannten Image Mask. Sie sehen, dass hier die Ecken nicht scharf sind, sondern jeweils abgerundet. Das macht einen etwas weicheren Eindruck. Und wenn Sie mit so etwas arbeiten möchten, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich einen Green Screen von Elgato oder von Never besorgen. Hier im Moment ist ein Faltbarer von Never zu sehen. Daneben das CD-Set, also für die Logos der TU Dresden. Oder Sie benutzen das angepasste Set, das ich in der Videobeschreibung verlinke. Und daneben, das haben Sie jetzt auch gesehen, ist das Plurred Wallpaper empfohlen, weil man dann sehr, sehr schöne Farbübergänge erzeugen kann, die aber nicht vom eigentlichen Inhalt ablenken. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Wie Sie sehen, ist es kein Hexenwerk, wenn ich jetzt die virtuelle Kamera wieder abstelle, ist in der Videokonferenzumgebung wieder der normale Hintergrund eingestellt für die OBS-Virtuelle Kamera. Und das können Sie mit sehr eigenen, einfachen und eigenen Mitteln einfach selbst umstellen. Noch mal zum Bildschirmaufbau selbst. Sie sehen hier noch einmal die Audioaufnahme, das Videoaufnahmegerät inklusive Chroma Key und Zuschnitt. Die Fensteraufnahme ist die Präsentation selbst. Dann sehen Sie die Logo-Ebene und am Schluss den Bildschirmhintergrund. Also alles kein nennenswertes Problem und durchaus ein Versuch und eine Empfehlung wert. Probieren Sie es aus. Und ich bin gespannt, ob ich in der einen oder anderen Videokonferenz demnächst eine solche Präsentation sehen kann. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und bis zum nächsten Mal. Ciao.